Wir haben heute den 27.5. Samstag 2023. Wer mich gerne beim Kampf für die E-Lo unterstützen will, ist die Information da drunter unter diesem kleinen Short. Ihr bekommt sein Futter. Wird natürlich vorher rausgesetzt. Ein paar Filme auf meinem Kanal. Lebensgrundlage Cottbus. Einfach drauf gehen, bevor ihr durchdreht. Danke, abonnieren, like und teilen. Gerne was runter schreiben. Auch für die Denken. Diese Teile-Fickle-Rei. Die sind erst bei mir gewohnt. Gelegen lassen sich sogar ohne. Draußen ohne, dass die den Kopf reinziehen von mir. Komm her. Streicheln. Müsst du vorher den Finger anzeigen, weil die mich komplett gehohnt sind. Danke.